Ja, warte, warte, ich krieg keinen Herzinfarkt hier, so. Oh Gott. Nee, ich kann nicht sprinten. Scheiße, Alter. Es ist so lächerlich einfach nur. Was ein Scheiß. Hey Leute, herzlich willkommen heute zu dem Projekt Vilo Baro 8 mit dem Squash. Hallo. Hallo. Ja, endlich geht's los hier. Wir sind schon, ja, leicht hart angespannt. Yo. Kann man so nehmen, wie man will. Weil hier eben voll der Fail-Start war, ne? Ja, ja, genau. Genau, auf jeden Fall, wir haben uns überlegt, wir gehen nicht in die Mitte, denn wir haben einen ganz guten Spawn mit Bäumen hier direkt. Und, ja, meiner Meinung nach lohnt sich die Mitte da nicht. Wir wollen weg. Genau, wir wollen weg halt, weil wenn wir jetzt in die Mitte gehen und dann nochmal hier hin, dann haben wir von überall Gegner halt. Wenn wir dann kein Schwert haben, sind wir am Arsch. Genau, deswegen, das ist halt so eine blöde Sache. Und ich meine, da wir so einen guten Spawn haben, sollten wir den am besten ausnutzen. Und ja. Zehn Sekunden. Ah, sieben. Okay. Der Spaß kann beginnen. Okay. Kein Geräusch. Okay, bin draußen. Tschüssi. Na gut, du läufst ein bisschen nach links. Ich folge, oder soll ich vorgehen? Du machst die Crafting-Box, oder? Jetzt hier am Baum? Aber warte, warte, links von uns sind welche. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Ich bin hinter dir. Das Dorf, das Dorf, das Dorf, das Dorf. Hin. Wollen wir jetzt zum Dorf hin oder nicht erstmal ein Schwert machen? Lass uns ein Schwert machen erstmal. Ja, scheiße, das sind auch andere, die zum Dorf rennen. Ja, komm, komm, komm. Yo, ich baue dir Asien. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was wir machen. Warte. Schnell, wo man kommt. Kommt. Das ist kein Mensch. Ich sehe niemanden. Kraft ganz schnell. Kannst du zwei Schwerte machen oder nur eins? Ja, warte, warte, ich kriege Kattenherzenpapier, so. Oh Gott. Sorry, das war zu witzig. Warte, nach vorne sind welche. Klatschen, klatschen. Warte, warte, ja klar. Wir haben keine Schwerte. Und dann Essen-Farmen hier, wenn wir die erwischen. Und die nicht abhauen. Ja, die sind hier. Scheiße, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Ja, dann iss was. Ja, ich hab ja kein Essen. Lauf einfach weiter. Ne, ich kann nicht sprinten. Ich hab ja eine Karate gedroppt. Ich schlachte jetzt die Kuh. Warte, hinter dir sind welche gleich. Pass auf. Ich bin weg. Ja, auf jeden Fall keine Schwerte, das weiß ich. Wir hätten auch einfach warten können und in die Schmiede gehen, ne? Egal, ich will die töten. Ja, passt schon. Oh, Frozen Flo rasiert. Läuft bei ihm. Einen hab ich schon mitgegeben. Ja, sehr gut. Kannst mich spusten oder so, ne? Nein, ich bin viel zu weit weg dafür. Tut mir leid. Ich muss der essen. Hab einen. Nice, nice, nice. Den nächsten holen wir auch. Doch, ist noch die Karotte. Oh, ich versuche dir einen Boost zu geben, aber das wird... Ne, ich... Oh, ganz knapp haut's nicht hin. Schade. Egal, kriegen wir. Kriegen wir. Hier im Wald hat er auch eigentlich gar keine reale Chance zu entkommen. Ja. Oh fuck, kann ich mal sprinten. Scheiße. Wir holen den zu sehr vorhin. Fahrer Snob. Wo steckt der? Da vorne. Er hat kein Schwert, da bin ich mir selbst sicher. Scheiße, bin ins Wasser gefallen. Was auch, dass hinter uns keiner ist, ne? Ich sehe keinen mehr, aber ich kann jetzt nicht mehr sprinten, ich habe kein Essen. Ja, der ist jetzt... Ich kann nichts machen, ich kann nichts machen. Junge, lass das. Aufs Wasser ist doch Schwachsinn. Wenn er abhaut, so... Nö, das machen wir jetzt noch. Guck mal, das ist doch so ein Riesensee. Ich kann einen Hütten... Bin dieser langsamer, wenn er kein Essen mehr hat? Nein. Obwohl doch, ich glaube schon. Aber der hat... Der hat die Farm gelootet. Er hat mich einmal geschlagen. Oh Gott, dieses Schaf, ne? Hat mich mega erschreckt. Er geht an Land. Ja, ich kann... Ich bin nicht hinter dir, ne? Ich fahre mir gerade kurz Schafe, weil ich sonst nicht sprinten kann. Kein Problem, du weißt, wo ich ungefähr bin, ne? Ja, es leckt übel, lol. Ich weiß. Okay, da war keiner. Es sind alles Schafe, es sind alles Schafe, alles Schafe, alles gut. Ich esse mich voll, ganz ehrlich, falls einer kommt. Entschuldigung, halt jetzt noch, ist mir sowas von egal. Muss ich safe sein. Ja, ein Kill haben wir auf jeden Fall safe. Das ist doch schon mal nice. Alter, was ist das denn für eine Map, alter, krass. Die ist voll groß. Ich dachte, die wären nur tausend mal tausend, aber die ist irgendwie riesig. Scheiße. Er hat auf jeden Fall nicht so voll gefressen, dass er ranken kann, das weiß ich ganz genau. Segen, alter. Ja, ich schwimme jetzt zu euch rüber. Ich weiß nicht. Wir sind aus der anderen Seite an Land. Und hier ist direkt eine Schlucht, da können wir uns eigentlich... Was für ein Biom, was für ein Biom? Äh, das weiß ich gerade nicht. Sorry, ich muss gerade konzentrieren. Warte, ach, okay. Hä, das ist voll weit weg, wie seid ihr da so schnell rübergeschwommen? Schon mal so ein bisschen unter Wasser. Ich hätte mir ein Boot craften sollen, dann wäre ich da übel schnell rübergekommen. Nein, sowas denkt man nicht. Hm. Ja, gut. Kommentar ist gerade... User in deinem Channel ist ausgetimed. Nicht ernsthaft. Scheiße. Nein. Ellen ist ausgetimed und ich wundere mich schon, warum er gerade die ganze Zeit nichts sagt. Fuck. Nee, come on. Ausgerechnet jetzt beim Start, wo es so wichtig ist. Timed er aus. Nee, come on. Ja, oh, sammelt das Holz rein. Ja, Caps gedrückt, sehr gut. Okay, muss noch ein Ding hier. Das nehmen... Verdammt nochmal aufpassen, dass uns jetzt niemand erwischt. Hier ist eine Höhle. Verziehe ich mich... Verziehe ich mich kurz rein und mache Steinsachen. Dürfte ja keiner sein. Ja... Ja, geil, danke für die Lacks. Ja, geil, PC abgestürzt. Scheiße, Alter. Es ist so lächerlich einfach nur. Was ein Scheiß. Ich bin vielleicht... Ich habe mich schon gewundert, warum du die ganze Zeit nichts sagst. Ich dachte schon, was ist denn bei Ellen los? Ja, super. Ja, geil, ey. Es ist so... Mann, ganz ehrlich, ich weiß, dann gehe ich schon für den Kill und dann kommt so eine Scheiße, ey. Ja, so ein Dreck. Comeback, ich weiß nicht, ob die Aufnahme jetzt da ist, ne? Ja, fuck. Er ist so ein Bullshit, ey. Ich könnte es so kotzen, ne? Genau jetzt muss dieser Scheiße... Vor allem ist es noch nie in Minecraft abgestürzt, ne? Noch nie. Und jetzt... Ey. Ja, ich komme jetzt direkt wieder drauf. Ich muss erst mal kurz Steam schließen. Ich kann halt jetzt nichts machen, ne? Kann ich nicht dafür. Ich muss dich finden. Ich muss dich finden. Drei, zwei, eins. Und drei, zwei, eins. So, keine Ahnung, was das gerade passiert ist. Du hast noch zehn Minuten. Nee, ey, ist schon wieder... Ist das schon wieder abgestürzt? Was? Och Gott, ich dachte, du bist schon wieder abgestürzt, weil du auf einmal gar nichts mehr gesagt hast. Ja, toll, der Typ ist jetzt weg. Ah, fuck. Ja, gut, was willst du denn machen? Ja, es ist so scheiße, ey. Ey, ich könnte kotzen, Mann. Es ist so scheiße, ne? Gut, wir müssen uns finden. Ja, ich komme gerade zurück dahin. Ey, das ist so scheiße, ey. Nee, nicht zurück. Ich bin schon links drüben. Mein Gott, ey. Ich kann dir die Korts durchgeben, wenn das okay ist. Warte. Oh Mann, ich gehe schon für diesen Kill und dann sowas, Alter. Es ist so scheiße, ohne Witz, Mann. Einfach so ein ganz neuer PC. Einfach ohne Grund am Abstürzen die ganze Zeit. Ja, ich bin jetzt da, wo wir geschwommen sind, ungefähr. Okay, ich bin schon ein bisschen weiter in die Dings reingegangen. Welt. Ich komme mal zur Küste. Wenn du die Küste entlang gehst, solltest du mich definitiv sehen. Das ist alles scheiße jetzt, Alter. Das hättest du mich killen können und fertig. Schweine, Schweine. Nice, nice. Ich habe halt kaum Essen noch. Wenn jetzt einer kommt, bin ich sowas von tot. Ja, fuck. Das ist so scheiße, Alter. Bleibt doch hier. Der Typ hat so ein Glück, ne? Der wäre sowas von gestorben. Weil er hat ja kein Essen mehr, er hat sich eingebaut. Er hat sich eingebaut. Ja, ja, er hat sich eingebaut. Ja, nice. Den hätten wir so bekommen. Aber hättest du den so bekommen, sonst. Bleib hier, ey. Ich hasse Schafe. Äh, Schweine. Wollen wir zum Dorf nochmal zurück, weil da gibt es noch richtig viel Essen. Ey, jetzt sag nicht, du bist jetzt wieder zurückgeschwommen. Nein, ich habe gesagt, wollen wir. Wo bist du denn hingegangen, Mann? Ich bin an der Küste geblieben. Ich muss einfach die Küste entlang gehen. Ja, genau. Mir fehlt Einstein. Hast du denn schon Zuckerrohr oder sowas? Nein, leider nicht. Ey, es ist scheiße, sowas. Oh mein Gott. Das regt mich gerade wieder richtig auf, Leute. Ich hoffe, die erste Aufnahme ist da. Der Sound auf jeden Fall nicht, das kann ich dir mal Safecall sagen. So, wo bist denn du jetzt? Ich bin da, wo wir ungefähr reingeschwommen sind. Gut, und wenn du dann nach links die Küste weitergehst, an den Tannenbäumen, ja genau, entlang, müsstest du eigentlich direkt auf mich zukommen. Nö, ich finde dich nicht. Ich würde dir auch entgegenkommen, weil ich brate hier gerade was. Das ist jetzt ungern abbrechen. Ja, ich laufe gerade dahin. Ja, warte, ich warte jetzt noch dieses Steak up und dann komme ich zurück. Ich bin doch von hier abgesprungen und da bin ich gerade. Hast du hier Wolle geplaced? Ein Block Wolle habe ich geplaced, ja. Ja, da bin ich gerade. Hier ist X. Okay. Das heißt, hier müsstest du irgendwo sein. Du bist aber auf der Seite, wo wir, ähm, du bist auf der Seite, wo du ihn verloren hast, ne? Nein, wo ich ihn gefunden habe. Ja, ich bin auf der Seite. Ich habe doch gesagt, ich bin schon längst rüber gegangen. Bist du rüber geschwommen, oder was? Ja, ja. Oh Gott. Die Frage ist, wohin? Du weißt es, wenn wir nach rechts abgedriftet sind, ne? Ähm, nee, weiß ich eben nicht. Ich habe dich ja gefragt, wo ihr seid. Und du meinst, du musst dich konzentrieren. Ja, ich bin geradeaus und dann nach rechts, zur anderen Insel. Wo bist du hin? Boah, ist das ein... Fuck up, ey. Ja, ich komme jetzt zurück an die... Ja, ich bin echt tot, ne? Ich habe den Rest, ne? Ich komme jetzt an das Ding zurück, da müsstest du mich sofort sehen, eigentlich. Es ist scheiße wegen dem Time-Out. Hätte mir jetzt wenigstens das Kill gehabt, ganz ehrlich. Das ist so lächerlich. Vor allem dann kommen diese Störger... Ey, ich könnte echt diese Tonne manchmal aus dem Fenster schmeißen. Das regt mich so hart auf, Leute. Scheiße, es wird Nacht. Ich stehe jetzt hier an so einem Dings. An so einem kleinen Landufer. Einfach, wenn du geradeaus durchgeschwommen wärst. Ja, da bin ich ja nicht gerade. Und ja, hier ist einer bei mir, ich bin tot. Nein. Doch, ich bin so safe tot gleich. Der ist bei mir hier. Ich kann nichts machen, Alter. Ich kann zurückschwimmen, aber... Das ist Nacht, Alter. Das ist Selbstmord. Egal, ich schwimme jetzt zurück. Schau mit F5. Ja, geil. Wir können auf dem Wasser keine Monster spawnen. Oh, ich muss mal auftauchen, Leute. Ich sehe jetzt das andere Ende der Küste schon wieder. Oh, nein. Drei Minuten noch. Oh Gott. Habe ich mich erschrocken. Okay, ich bin jetzt da an dem Punkt, wo wir abgesprungen sind. Bist du irgendwie eingebaut oder so? Nee. Wo steckst du denn? Guck gerade, wo der ist. Ich komme übers Wasser. Vielleicht siehst du mich, ja? Rechts an dem Strand. Seh dich nicht. Da bist du. Da bist du. Ich seh dich. Hier, 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 hier. Du bist nix da rum. Ja, hast du Essen für mich? Ja, habe ich, aber nur ganz wenig. Nächste Folge müssen wir zum Dorf zurück. Hier war rechts einer. Hätte der mich gesehen... Okay, hier, komm, 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 komm her. Alter, dieser Hugo, der hat so ein Arschglück, ne? Meine Presse hat dein Glück. Der Typ, der kann ich echt glücklich machen. Wir müssen jetzt hier irgendwas, eine Lösung finden, weil es wird Nacht und ich habe keinen Brauchmonster. Scheiße, Creeper. Hier ist nämlich schwer. Ich will die töten. Wenn die mal noch kein Dings besseren Schwert haben. Ich habe nur ein Steinschwert im Moment. Ich habe schon Steinschwert. Ach so, ja gut. Ich habe auch schon gemacht vorhin. Nice. Hier war irgendwer, ich weiß das. Safe. Aber gut, dass es erstmal hier gekocht ist. Ja, ich habe leider jetzt gar kein gekochtes Essen mehr. Okay. Nur noch rohes Schweinefleisch. Ja, lass zurück zum Dorf, würde ich sagen. Zocker habe ich erstmal genug, wir brauchen eh noch Leder und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, nicht so schlau runterzugehen schon. Jump in the water. Das ist scheiße, sowas, ganz ehrlich. In einer Minute bin ich vorbei und du hast dann zwei Minuten allein, ne? Ne, dann läff dich halt, weil das ist ja eh ein Fail, so. Da kann ich ja nichts für. Ob das erlaubt ist? Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass du dann nächste Folge joinen willst und dann hast du nur noch zwei Minuten oder so. Ah ja, stimmt. Das ist scheiße. So wie das bei Death Island einmal war, ne? Steckst du, ja. Hier, hier. 30 Sekunden habe ich noch. Ich muss mich irgendwie einbauen oder so, damit ich jetzt hier, okay. Warte, 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 wir bauen hier, wir bauen zusammen ein. Ich bleibe dann einfach nur kurz hier unten. Okay. Perfekt. Ja, okay. So, ich warte jetzt einfach auf den Kick. Ich warte einfach auf den Kick. Ey, kannst du sonst Essen braten? Ja, sehr gut. Mach ich. So, und bam. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von meinen Zuschauern hier, von der ersten Folge Vidovaro, die absolut chaotisch war, aber wir haben überlebt und das ist die Hauptsache. Gut, den Rückstamm können wir in den weiteren Folgen ja noch nachholen und ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao. Tschüss. Scheiße, das habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Egal. Egal. Ah, das ist so ein Scheiß, ne? Das ist wirklich so ärgerlich, ne? Ich meine... Das ist richtig ärgerlich, ja. Wir hätten auch ruhig alles looten können da so noch, ne? Aber wir haben gedacht, nee, komm, wir gehen für die Kills, ne? Für ein bisschen Action. Und dann so eine Scheiße halt. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Vor allem genau jetzt, so weißt du. Sonst ist es nie. Wir stürzen nie bei einer normalen SG-Aufnahme ab. Nie. Oder echt, wir können gestern Abend eineinhalb, zwei Stunden Temodia eins gegen eins spielen, ne? Aber hier zehn Minuten, ne, fünf Minuten Vidovaro Absturz. Hey, man. Aber stell dir mal vor, du wärst durch diesen Austime dann irgendwie von ihm gekillt worden, ne? Das wäre der größte Müll aller Zeiten gewesen. Ja, das wäre wirklich der größte Scheiße. Egal, wir schätzen uns damit zufrieden, dass es nicht passiert ist. Ähm. Genau. Natürlich trotzdem kacke. Aber, na gut, hat der Hugo mal ein bisschen Glück gehabt, da. Ah, sein Maid ist ja weg. Ja. Wenigstens einen Kill. Aber das ist scheiße. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme jetzt da ist. Ist wahrscheinlich defekt. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Äh, man kann in meiner Aufnahme sehen, wie du ihn gekillt hast. Also von daher. Leute, das ist nicht allzu schlimm. Okay, der Daphne Geri hat mir vorhin geschrieben, ähm, du darfst erst wieder drauf, wenn meine Zeit vorbei ist. Das heißt, ich muss meine Zeit wirklich absitzen. Ähm, vorher wird hier nichts draus. Okay. So gehabt, er war gerade am runterbauen, weil er hatte halt kein Essen mehr, ne? Mhm. Und ich weiß ganz genau, er hat nicht mehr Essen als ich und hat sich gerade runtergebaut und dann, oh Gott, Alter, dann kommt der PC-Crash des Jahrhunders. Und ich denke mir nur so, hm, Commentary ist ja gerade so ein bisschen für den Arsch, ne? Und einmal, user in your channel time, don't. Ich dachte mir so, nee, komm, erzähl mir nichts. Oh Gott, ich kann ja nichts machen, oder solche Scheiße. So, Rauschentfernung. Ja, ich brate jetzt die Craftingbox. Ja, jetzt ist nicht so wie in der Vorstellung, jetzt rauscht es gar nicht. So ist nice. Okay, für die drei Sekunden werde ich gekickt. Oh, ich hab da einen gesehen, ich dachte, ich wäre tot, Alter. Junge. Nicht mehr normal. Ansonsten nehme ich das hier auch raus. Gut, und Audio exportieren. Folge 1. Perfekt. So, Leute, ich werde jetzt auch gekickt. Dann würde ich sagen, das war's von der ersten Folge. War jetzt recht chaotisch und natürlich ein bisschen scheiße gelaufen mit dem Crash, aber ein Kill haben wir safe drinne. Ja, ich würde sagen, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich weiß jetzt, by the way, nicht wie lange die Folge sein wird. Vielleicht schneide ich den Anfang von Squash noch mit rein. Und naja, ich versuche das Beste daraus zu machen. Haut rein und ciao. Ciao.